so freunde würde ich euch mal kurz zeigen ich habe jetzt genau nach anleitung meine alte pistole gefärbt mit dem textil färbemittel und ich bin eigentlich vom ergebnis total überrascht das ist besser geworden wie ich gedacht habe eine kleine fehlstelle war da ich vermute da habe ich nicht ordentlich genug reinigt aber das habe ich inzwischen jetzt auch reduziert naja ich wäre jetzt mühsam das dingelchen wieder zusammenbauen und dann habe ich dann endlich eine schwarze pistole da ist noch ein bisschen farbe feucht aber ich würde mal sagen das sieht noch gut aus bis später